Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine kleine Challenge. I don't know, ich wollte mal gucken, wie krass anders Maxis, Match und Alpha Sims aussehen. Das habe ich auch schon öfter gesehen, ich finde das sehr interessant. Das ist derselbe Sim genommen worden und ja, ich dachte man ist, also es ist vielleicht ganz cool, wenn man es nicht sieht. Deswegen nehme ich jetzt hier als Voice-Over auch mein schönes Face auf. Ja, so kennt man mich. Und zuallererst wollte ich nochmal sagen, hi, ich bin ein bisschen ideenlos, was soll ich denn für Videos machen? Samstags kommt natürlich jemand die Baby-Challenge und die kriegt auch immer viele Aufrufe und viel Resonanz und so. Aber irgendwie ist das bei so Challenges nicht so und mich würde einfach interessieren, was interessiert euch denn so? Und bitte schreibt mir das. Mir egal, ob in den Kommentaren, ob irgendwo privat. Ich lese alles. Macht mir Vorschläge. Ich möchte, ich bin leider sehr ideenlos, wie gesagt. Ich bin nicht so kreativ und ich möchte jetzt nicht wieder tausend Challenges auspacken, die ich schon gemacht habe. Wenn ihr die sehen wollt, natürlich gerne. Ich mache natürlich auch nur das, was ich sehr machen möchte. Aber ich weiß einfach gerade nicht, was ich genau tun soll. Aber an den meisten werde ich eh Spaß haben, weil es ist halt die Sims so. Mann, Keynes. Ja, auf jeden Fall habe ich ja beide Sims gar nicht so lange gebraucht irgendwie. Also bei Alpha habe ich ein bisschen länger gebraucht. So zumindest vom Gefühl her. Weil ich habe halt tausend Sachen mehr für Alpha irgendwie. Zumindest was Haare angeht. Und da habe ich mich irgendwie schwer getan. Ich weiß nicht. Aber das werdet ihr dann ja gleich noch sehen. Denn ich werde immer, wenn auch mal die Sims gezeigt werden, die also meine Kamera halt ausmachen quasi, also dass ihr mich nicht seht, damit ihr euch genau darauf fokussieren könnt, was da gerade passiert, wie dieser Sim dann aussieht. Ich habe halt möglichst den Sim ähnlich gestaltet. Also dieselbe Form von Frisur, ähnliche Kleidung, ähnliches Make-up und so. Damit man das halt besser vergleichen kann. Weil darum geht es halt letztendlich. Und ja, das ist hier mit dem Video auch hier. Genau. Äh, ja. Vielleicht, was mir noch eingefallen ist, vielleicht können wir auch nochmal so ein Kurz-Let's Play starten. Mal gucken. Also wenn euch da was einfällt, was man machen könnte. Aber halt auch nur was, was halt kurz geht, weil das Ding ist, potenziell gehe ich auf dem 1.8. arbeiten. Und dann habe ich halt einfach nicht mehr so viel Zeit hierfür. Und wenn ich dann halt ein größeres Projekt über eine längere Zeit habe, neben der Baby-Challenge, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Das müsste ich dann halt erst sehen, wenn ich halt dann am Arbeiten bin. Mal gucken, ob das überhaupt so klappt, weil wir wissen ja alle, dass, äh, wie ein Koroni, dass alles ein bisschen schwer ist. Aber mal gucken. Wenn ich arbeiten bin, ist das halt auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal ein bisschen schwer für mich. Vor allem, weil ich mich da ja auch erst reinfinden muss und einen Rhythmus finden muss, wie ich dann meine Videos noch mit unterbringen kann und möchte. Und, ja, das ist halt das, was ich jetzt halt noch dann gucken muss, wie genau das dann stattfinden wird und so. Aber ich möchte das auf jeden Fall nicht aufhören, weil das ist, das ist halt irgendwie das einzige Hobby, was ich habe. Und als ob ich das abgebe, aufgebe. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, weil, naja, das ist halt einfach, das wäre ein bisschen dumm, to be honest. Deswegen, äh, ja, also jetzt, solange ich jetzt noch nicht arbeiten bin, werde ich halt sowas auf jeden Fall hinkriegen können. Und, ähm, ja, wie gesagt, sagt mir, was wollt ihr sehen? Was, 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 was? Das ist meine Aufgabe für euch. Schreibt mir. Mir egal wo. Ne? Genau, das ist nämlich das, was ich jetzt hier noch so nebenbei noch so sagen wollte, weil, ja, ist halt immer schwer, das halt irgendwie nur über Twitter zu machen, weil ich glaube, auf Twitter sind gar nicht so viele Leute, die das jetzt hier unbedingt verfolgen. Ich weiß es nicht genau, also ich, ne, weil wenn da halt irgendwas dann eine hohe Wertung bekommen hat, so, jo, das gucken wir, dann war es trotzdem irgendwie nicht so beliebt unbedingt. Und deswegen dachte ich so, okay, vielleicht, vielleicht folgt ihr mir ja gar nicht auf meinem Social Media. Hallo, warum tut ihr das nicht? Das ist jetzt meine Frage an euch, weil, das ist, äh, wichtig. Ihr müsst mir folgen. Es gibt kein Weg dran vorbei, ja. Die ganzen Sachen sind in meiner Videobeschreibung verlinkt. Bitte, bitte guckt da von vorbei und, äh, folgt mir überall. Ich würde mich sehr freuen, ja. Wenn ihr das noch nicht tut, dann do it. Wenn ihr das schon tut, dann seid ihr noch cooler, weil, dann habt ihr das ja schon getan, bevor ich euch vielleicht aufgefordert habe, das zu tun. Das ist nämlich richtig cool, Leute. Richtig, richtig cool. Ich bin so behindert, Alter. Ach, ich soll nicht behindert sagen, ich weiß aber auch. Mein Hirn kriegt es nicht raus, aus diesem Gesprachgebrauch rauszumachen. Wie macht man das? Wie kriegt man Gewohnheiten weg? Ich weiß es nicht. Wieso sehe ich so komisch aus? Hilfe. Meine Frisur ist ein bisschen zerstört im Leben. Ich hoffe, dass das okay ist. Ich hoffe, dass meine Haare noch irgendwie ein bisschen schneller wachsen, weil, also, ist es nicht hässlich, aber es nervt mich ein bisschen, das halt zu stylen. Und wenn ich einfach längere Haare hätte, kann ich im schlimmsten Fall einfach einen Zopf machen und es sieht trotzdem gut aus. Und das ist das, worauf ich jetzt warte. Es dauert noch, ich weiß. Aber, man muss aber sagen, ich habe ja Anfang Januar die geschnitten gehabt, dass sie jetzt schon ganz gut geworden sind, oder? Also, kann man ja nichts sagen, ja? Also, ist top, mein Haarwachstum hier. Ach ja, ich muss doch mein Profilbild noch irgendwann ändern, weil ich sehe schon seit tausend Jahren nicht mehr so aus. Und, ja, aber ich bin ein bisschen verängstigt davor, dass man, ja, hier, wie heißt das, dass man da, ähm, 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 dass ich dann kurze Haare ausschneiden muss. Und das finde ich sehr, sehr anstrengend, to be honest. Und deswegen, ja, mache ich mir da ein paar Gedanken, okay? Aber irgendwann kriege ich das schon auch hin, ein neues Profilbild zu machen. Dauert vielleicht nur noch ein halbes Jahr oder so, weil ich komisch bin. Aber, ja, hier sind jetzt noch die letzten Bilder von den beiden, wie ähnlich diese sind. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt, auf jeden Fall. Die finde ich sehr, sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielleicht macht man das nochmal. I don't know, je nachdem, was ihr halt wollt, müsst ihr mir sagen. Ähm, okay, ähm, ja, wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet, was ihr besser findet. Maxis, Match oder Alpha. Und, ja, erledigt eure Aufgaben, die ich euch in diesem Video gegeben habe. Es ist wichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahinten. Tschüss! Tschüss!